Weißt du, manchmal wünsche ich mir, ich hätte ein bisschen mehr aus meinem Leben gemacht, als irgendwo rumzuhängen und Gras zu verkaufen. Wie zum Beispiel Tierhaust werden. Warum auch nicht? Ich stehe auf Seehunde und sowas. Oder vielleicht Astronaut. Ja, ich wäre der erste beschissene Wichser, der eine neue Galaxie sieht oder eine neue außerirdische Lebensform findet und sie dann fickt. Und dann würde man sagen, da geht er. Der Bursche hat mal im Marsmenschen gefährt. Bis zum nächsten Mal. 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 15 Mäuse als kleiner Pfand möchte ich sehen in meiner Hand. Nein, 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 nein. Er ist ein Gunner.